Modro sprach ja von eskalierender Gewalt und schon fast bürgerkriegsähnliche Zustände und dergleichen. Und da hat es mir wirklich gereicht und habe gesagt, ich war nun selber dabei, diese Bühne war aufgebaut in der Normandenstraße, bin da eben rauf und habe gesagt, das ist alles so nicht stimmt. Klar sind eben Scheiben, Türen und dergleichen kaputt gegangen, aber dass das im Verhältnis eben gar nichts ist. Und vor allen Dingen, dass es nicht stimmt, dass die Mauern so hoch waren, also dass wirklich jetzt das Geländer eingemauert war, das waren symbolische Mäuerchen mit Kerzen drauf.